Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück zu Forza Horizon 4 mit einer weiteren Ranked Session. Eine neue Season hat begonnen. Ich habe das Qualifikations-Event hart versemmelt, bin in Rennen 1 geragequitted und bin daher wieder in Liga 10 gelandet. Ja, also keine Liga verloren. Immerhin not bad. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier vorankommen. Cross-Country, A-Klasse. Checken wir mal aus, wie wir hier unterwegs sind. Wir können unser Auto wählen. Und, äh, was ist denn da passiert? Ja, und ich habe gehört, die X-Klasse oder auch der Ford Raptor, die sollen ganz gut sein. Nehmen wir doch mal den Ford Raptor, oder? Schickes Teil. Joa, machen wir mal. So, ihr Lieben, und damit geht es ab ins erste Rennen. Schauen wir mal, was das Konkurrenzumfeld so bietet. Ich glaube, ich sehe eine X-Klasse direkt neben uns. Wir haben auf jeden Fall einen normalen Ford Raptor mit dabei. Eine X-Klasse ist ebenfalls mit am Start. Zwei sogar. Und jemand mit der Nummer 73 im Namen. Auch. Haha. Cooler Boy. So, und damit würde ich sagen, legen wir los. Erstes Cross-Country-Rennen. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, okay. Das war nicht ausreichend stark für eine Strafe, die Berührung mit der Wand. Das ist gut. Ach, come on. Ei, ei, ei. Die Laterne, ey. Als wäre sie aus Beton. Sag mal, wie spät willst du denn du einlenken? Ich wollte einfach nur mich wegschieben von dort. Ach, come on, Kollege. Der Mitsubishi unter den ganzen Pick-up-Tracks hier. Oh mein Gott. So, da sind wir nur vorbei. Ach, come on. Keine Strafe? Okay, cool. Hat das Spiel irgendwie auch so ein Mechanismus, wo es erkennt, wenn mich jemand in die Mauer drückt? Oder was ist los? Krass. Aber auch die zwei nach vorne gekommen, durch viel Konstanz. Konstanz ist mit uns. Das war eng. Ah, die Außenlinie war, glaube ich, schneller. Nein! Das war natürlich für mich sehr unglücklich. Okay, der erste dürfte feststehen, es sei denn, er macht noch einen Fehler. Und der Typ vom Elektrum. Warum schiebt der mich dann die ganze Zeit weg? Das verstehe ich halt nicht. Der fährt dann selbst die Kurve einfach nur weiter innen an. Oh, der führende hat dann leichten Schnitzer, glaube ich, drin gehabt. Wir sind jetzt auf jeden Fall alle mal ein bisschen näher rangekommen, aber dürfte für ihn, glaube ich, reichen. Das war eng. So, jetzt nimmt die X-Klasse den Weg, den ich vorhin genommen hatte. Und hier sieht man es. Nein, viel schnellere Entry, aber dann mache ich wieder den Fehler aus der vorigen Runde. P5 immer noch, immerhin. Ah. Ja, das ist ein bisschen fies, dass man da so hart Geschwindigkeit verliert. Aber jo, trotzdem, P5, schon mal ein ganz guter Anfang. Schöner Einstand nach dem ersten Rennen. Fünfter Platz, damit nehmen wir, glaube ich, zwölf Punkte mit, wenn sich alles zeugt. Oder nee, zehn. Zehn dürften wir mitgenommen haben. Jo, kann man mal machen. Und die nächsten zwei, nee, die nächsten vier Rennen, die wir antreten werden. Gut, bei Zweien haben wir ja eh freie Wahl, wie wir die Strecke selbst fahren, weil da wird ja anfangs mit Endpunkt nur vorgegeben. Aber bei den anderen zwei Rennen habe ich auf jeden Fall ein gutes Gefühl für unsere Pace, weil das sah echt schon ziemlich gut aus. Und damit springen wir direkt ins nächste Rennen. So, ihr Lieben, ab geht's zum Freeroam Rush. Und jetzt schauen wir mal, wer hier die beste Route findet, um zum Ziel zu gelangen. Okay, am Ende kann man sehr, sehr viel cutten. Aber ich würde mal sagen, ich sollte so am Anfang cutten, dass ich relativ bald auch auf... Ich glaube, das ist der Freeway, dass ich auf den Freeway komme. So, schauen wir mal. Okay, am Anfang kann man, glaube ich, nicht cutten. Nicht so wirklich, weil wir sind ja in der Stadt. So, hier ist am Anfang niemand beghostet. Und dann nimmt einer schon direkt eine ganz andere Route. Da bin ich mal gespannt. So, ja, das kann man ganz gut machen hier. Ach, come on. Das ist halt aber auch mal wieder so typisch. Geil. Ja, was soll ich denn machen, Saved Fnatic? Was soll ich denn machen? Erwartest du, dass ich da verschwinde, oder was? Es tut mir wirklich leid, aber ich kann da halt auch nichts machen. Okay, der Warthog ist schon mal sehr langsam auf dem Freeway. Auch schön, dass man sich bei manchen trotzdem noch so zuhupen kann. So, schönes Ding. Kommen wir gut um die Kurven. Wir sind auf dem sechsten Platz, trotz eines sehr, sehr unglücklichen Zwischenfalls. Weil sonst wären wir deutlich weiter vorne. Vielleicht hätten wir das Ding auch sogar gewinnen können. Aber nichtsdestotrotz, es geht voran. Und ich glaube, ja, da kann man jetzt links abfahren. Und wenn wir da ein paar Bäume haben, die einem im Weg stehen, dann könnte das eventuell sogar klappen. Noch ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Also Bäume gibt es nicht so wirklich, aber das sieht ja auf einem Podium aus. Das könnte funktionieren. Come on. Knappe Kiste, aber wir sind auf der 3. Und das trotz dieses Zwischenfalls. Der hat uns doch locker mindestens diese 6 Sekunden gekostet. Aber bam, Junge, so sieht es aus. Sehr gutes Ding. Es tut mir sehr leid für den Mitsubishi, der auf der 7 nur gelandet ist. Bis aber noch am Warthog vorbeigekommen ist, das zeigt, auf manchen Strecken ist auch bei Cross-Country wohl die Top-Speed sehr wichtig. Denn der Warthog, der war ja super langsam auf den Geraden. Und damit sind wir auf Platz 4 vielleicht sogar. 3, 4, 5, 3. Alter, P3. Und die ersten zwei, die haben jetzt zwei Punkte Unterschied nur. Wir sind dann 10 weitere Punkte dahinter. Das ist natürlich schon mal eine Menge Holz. Aber wir müssen auf jeden Fall drankommen. Ihr Lieben, auf geht's ins nächste Rennen. So, Leute, es regnet beim Beachview Cross-Country. Ja, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn es am Strand regnet. Ui, und das ist eine spannende Streckenführung. Ja, mal schauen, wenn es gut geht, dann holen wir hier vielleicht sogar unseren ersten Sieg, weil die Pace war in beiden Rennen da zum Sieg. Zweimal habe ich dann Fehler gemacht im ersten Rennen. Im zweiten Rennen ist es halt unglücklich gelaufen, würde ich halt sagen. Wir müssen jetzt mal schauen, wie das dritte Rennen läuft. Aber ich wünsche, ich hätte mir einen Sorry-Button belegt. Wobei, dass das jetzt auch nicht so super schlimm war, die Koalition zwischen uns beiden. Sauber. Schön die Innenbahn gehabt von uns beiden. Oh Gott. Nein. Da gibt es die Strafe, aber die gibt es auch zu Recht. Aber es kam halt super unerwartet, die Kurve. Da hätte ich mal auf die Karte gucken müssen. Und damit sind wir auf der 4 immer noch. Also insgesamt gut, Positionen gut gemacht. Schön die Laternen im Flug erwischt. Und das könnte Platz 3 sein jetzt. High-Speed-Kollision predicted. Ich wünsche, das gäbe es in Gran Turismo Sport, weil da würde ich jetzt gerade immer noch GT Sport spielen und würde Spaß bei dem Spiel haben. Aber ja, meine Spielereihe, mit der ich quasi meine Zocker-Verriere gestartet habe, treibt mich aktuell in den Wahnsinn. So ihr Lieben, haben wir den Abstand vielleicht auf unter 4 Sekunden sogar reduziert? Und zweites Podium in Folge, das ist schon mal super. Oder drittes? Ne, ich glaube zweites Podium. Im ersten Rennen waren wir fünfter. Abstand war am Ende immer noch bei 4 Sekunden. Aber sieht gut aus alles. Ja, bin sehr happy. Und der Mitsubishi, trotz verzögertem Start, ist da trotzdem noch auf die 7 vorgekommen. Und eine der X-Klassen ist weit zurückgefallen. Ist natürlich die Frage, welche der beiden X-Klassen wir gerade gesehen hatten. Aber wir sind immer noch auf der 3, knapp hinter dem zweiten. Also der Sieg ist eventuell außer Reichweite, aber Platz 2 ist immer noch drin. Hoffen wir mal in Rennen 4 auf ein gutes Rennen. Eine gute Route. Schauen wir mal. So ihr Lieben, ab geht's zum nächsten Freeroam Rush. Schauen wir mal, wo es hier lang geht. Boah, am Ende kann man hier natürlich ein bisschen abwürgen am Bergwerk. Aber ich glaube, ich werde direkt in Richtung Westen fahren. Das bringt's, glaube ich, wirklich. Das machen die meisten anderen tatsächlich auch ganz ähnlich. Weil direkt da ist eine Brücke. Und dann kommst du halt rüber. Hoffen wir, dass es gut läuft. Oh Gott. Das ging schon mal gut. Da bin ich happy. Und noch führen wir das Ding hier an. Okay, noch. Ich hab's ja glücklicherweise so gesagt, dass man nicht sagen kann, nö, so ist es jetzt nicht mehr, Dave. Trotzdem noch Top 5. Jawohl, rechts fliegt einer richtig hoch. Oh Mann. Bisschen Tempo aufnehmen. Und wieder rüber. Alles klar. Da ist einer, glaube ich, irgendwo hängen geblieben. Nein. Oh, es ist aber so schade manchmal. Komm schon. Aber wir müssen eh jetzt hier langsam entlang. Weil wir müssen dann langsam auch sicher in Richtung Brücke fahren. Oh boy. Oh, wir sind tatsächlich einen Ticken zu weit gefahren. Oh Mann, 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 Mann. Und ich fahre einfach geradeaus weiter. Ich bin tatsächlich siebter von acht jetzt. Das ging mächtig nach hinten los. Oh Mann. Oh Mann. Und die ersten dürften schon jetzt im Ziel sein. Nicht weiter runterfallen. Nein, tu das nicht. Nein. Oh, und jetzt kommt so ein komischer Rücksetzpunkt wieder. Was war denn das für eine Hupe? Ja. Das ist ja gut geparkt. Immerhin noch Sechster geworden. Ja. Hm. Jetzt natürlich nicht perfekt. Aber der Sarkocheo hat nur ein paar Punkte gut gemacht zu uns. Also Jeweled Moth, also die juwelte Motte, die ist nicht mehr einholbar. Aber den Chevrolet könnten wir holen. Schauen wir mal, wie es im letzten Rennen läuft. Alles klar, ihr Lieben. Let's go. Wir bleiben hier tatsächlich in der Region. Boah. Und das ist tatsächlich eine Strecke, die ich immer wieder milde, unangenehm finde. Aber mal schauen. Wenn wir dieses Rennen gewinnen und der Kollege hier Sarkocheo heißt der, glaube ich. Wenn der nur Dritter wird, dann sind wir punktgleich. Wenn er nur Vierter wird, dann gewinnen wir das Ding sogar. Das setzt natürlich voraus, dass wir gewinnen müssen. Aber mal schauen. Kann natürlich auch ein Zweiter werden und wenn er dann weiter hinten im Ziel ist, dann ist es auch gut. Noch sieht es aber nach einem guten Rennen für uns beide aus. bei mir nicht mehr Zeit lang. Und dann können wir das. Wie wurde der denn plötzlich so langsam? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das eng hier. Oh nein, ich springe zu weit links, glaube ich. Oh, der führt das Rennen an. Das ist natürlich genau das gegenteilige Szenario von dem, was ich wollte. Hey. Da sind wir leicht aneinander geraten. Ah, bei diesem Sprung habe ich es bis zuletzt nicht hinbekommen, guten Exit zu haben. Oh, ich glaube, ich fliege über den drüber. Auf ihn drauf. Oh mein Gott. Und das ist P4. Aber ja, schönes Ding. Ja, hat Spaß gemacht. Vor allem der Zweikampf in der zweiten Runde war enorm knapp und enorm heftig. Und Jeweled Moth hat lediglich den sechsten Platz nicht geholt in diesem Rennen. Das heißt, das hätte durchaus nochmal spannend werden können, wenn er nicht so gute Vorarbeit geleistet hätte. Das zeigt, wie hilfreich so ein Punktepolster durchaus sein kann, damit man da einfach mal ganz entspannt vorne wegfahren kann. Und auch im schlimmsten Fall halt einfach mal einen Fehler macht und trotzdem vorne bleibt. Ja, hat er super gemeistert. Aber dafür, dass ich bei Cross Country, würde ich sagen, nicht so wirklich der Beste bin. Ich bin auf die 4 abgerutscht. Och. Mautzi hat gewonnen. Den hatte ich ja überhaupt nicht mehr im Blick. Und auch den Warthog hatte ich nicht im Blick. Der ist ja nochmal auf der 5, ein Punkt hinter mir gewesen. Aber wir steigen in Liga 9 auf. Oder? Habe ich mich gerade verguckt? Ich glaube schon, ne? Joa, 10.000 Credits noch als Bonus. Und ich gucke nochmal ganz schnell, ob wir tatsächlich in Liga 9 sind. Weil das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ansonsten vielleicht schon mal direkt mit der Abmoderation angefangen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Empfehlt dieses Video auch sehr, sehr gerne weiter, wenn ihr mögt. Und Leute kennt, die Forza Horizon 4 eh cool finden und wo wir sagen, hey, die können es auch interessieren. Denn ansonsten gerne ein Abo raushauen für alle Neuen auf dem Kanal. Und ansonsten gerne beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn es wieder zu Gange geht in Forza Horizon 4 in Liga 9 jetzt. So sieht es nämlich aus. Haha. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.